Wir spielen Varios und wir sind einfach auf den Server gegangen. Es ist keiner drauf. Hä, ist dein Ernst? Ja, er ist einfach jetzt wieder gelieft. Ja, dann machen wir Tränke. Ja, das fackt gerade wie ich da. Okay, eigentlich wollten wir jemanden snipen, aber irgendwie, ja gut. Ja, dann machen wir jetzt einfach Tränke, okay? Ja. Kommst du schnell zurück, alles Wichtige rausnehmen? Sind die Pfeile, die da drin sind, für mich? Ne, ne? Achso, alle. Ich hab bestimmt, dass er mal drauf bleiben soll, er ist jetzt dreimal gelieft. Ich muss noch meinen Level farmen. Achso, ja. Hier ist dein Halt, Frank Deiner. Ja. Also, das fackt mich jetzt ab. Ich bin dafür, dass er nur einen Strike kriegt. Ja, eigentlich darfst du ja gar nicht drauf joinen, eigentlich, aber na gut. Ne, Tawatz nehme ich mit für, da kann ich mit ne Kohleblöcke. Ne, ich mit. Die Pfeile nimmst du einfach mit, okay? Okay. Ich lass die DDR jetzt da drin liegen, ist das okay? Ja. Alter. Also an alle, Sanuso, Ehrenlos, Napi, guckt bei ihnen vorbei und grüßt ihn mal von mir schön. Wie die Zuschauer schön definieren, ist ihre Sache. Was? Lass uns jetzt nicht auf den konzentrieren, sondern lass uns jetzt einfach auf Dingenson konzentrieren, glaub ich. Ich fack meine Art ab, dass ich mich an die Regel halte. Du hast den Links bei. Den was? Anders. Oh ja, dann hab ich halt halt meinen Bogen einmal noch verstärkt. Ich komm zurück, Alter. Alles gut. Äh, hast du kurz von Spor, äh, Neta? Hier ist der, Amboss, ich denk einfach nur den Weg hier zurück, da war ja die Neta-Festung und da weiß ich ja dann schon. Wenn du alles hast, dann können wir ja dann so langsam los. Äh, ich hab mein Schwer, wir können. Ich will noch kurz, mir fehlt nicht mehr viel, ein Devil. Dein Handy ist wieder zu nah. Du mein Handy ist perfekt. Meins auch. Weird. Okay. Äh, so. Äh, ja, gib mir nochmal kurz den Amboss nochmal. Ich hab schon mal das Schwer abgebaut. Hast du alles Wichtige sonst raus? Ja. Ja. Ja, hab meinen Bogen. Power 3. Äh, was kannst du alles noch mitnehmen? Äh, soll ich dir irgendwas stacken? Weil ich würd gern noch ein Crap-Schwerd, das Eisenschwerd, was da drin liegt. Weil ich hab sonst nur mein Sharp 4 gerade. Willst du die, äh, die, die, ach nicht so ein Protector Protection, schon gut. Hä? Okay, ein Literquart. Ach, der Rest da drin ist Müll. Ne, doch, das Eisenschwerd, weil ich mitnehme. Da ich, äh, sonst nur mein Sharp 4 hatte. Doch mit. Hab ich, ich hab noch keinen Platz und hab gefragt, ob du irgendwas stacken kannst. Aber ich hab einfach ein Literquart jetzt da gelassen, weil ich das hier gesehen habe. Die Fickmen sind immer noch aggro. Ja, ja, hab ich schon gemerkt. Hm, ich bin mir nicht genau sicher, wo wir jetzt lang müssen, aber es war ja irgendwo bei der Fest auf jeden Fall. Und die ist ja hier hinten. Oder die war weiter unten. Oh ja, die ist weiter unten. Lol. Ne, wir müssen weiter, wir müssen runter. Nicht hoch. Ich guck grad nach dem Screen. Äh. Ah ja, hier, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, okay. Jetzt hätt ich jetzt nach dem Screen geguckt kurz. Unter dir einfach. Den wieder weg zurück hinten. Ah, wow. Ja, okay. Ja, ich bin hochgelaufen, aber wir mussten nämlich runter. Und dann hier. Ah, das sind die Fickmen. Okay, lol. Ich komm mich einbauen. Ich glaub die Fickmen dran. Die sind auch durchfokussiert. Oh, über die einer. Über durch. Angreif. Richtig heftig. Hier haben wir die Warzen gefunden. Ja, genau. So. Von oben ja. Hier, hinter dir. Genau. Und dann hier runter. Ja, ich hab noch einen Tatsambegriff geschlachtet. Ich hier lang, glaub ich? Ja, da hinten. Guck mal, da ist sie schon. Okay, fünf Minuten haben wir schon. Fast sechs. Ne, fuck mich halt übrigens ab. Wir sind das einzige Team, was... Wir sind schon vorbei, wir sind schon vorbei. Ich hab nur die Quarz. Ich muss andere. Hier rechts, genau. Wir sind nur den Quarz. Wir sind das einzige Team, was den Daily Upload nimmt. Alle anderen laden in zwei Tagen hoch. Die sind jetzt bei... Heute ist doch noch das. Ja, Folge zwei glaub ich. Ja, die sind aktuell alle bei Folge zwei. Morgen kommt Folge drei. Okay, ich komm zurück. Level sind immer gut. Kann man immer gebrauchen. Okay, ich kann doch noch nicht zurück. Da ist ein Gas. Oder warte, ich try es einfach. Wir haben ein Grab gebaut. Für den... Start wegen mir, unfairerweise. Ich bin am Spawn. Ja, ich auch. Ich bin beim Grab. Da. Jetzt tränke schnell, oder? Ja, wir brauchen dafür Sons. Willst du direkt hier am Spawn bleiben, oder? Nein. Ich geh schon mal rüber zu einem Baum. Ja, kamst du mit Holz? Ja, kann machen. Oh, lol. Wie klein die Borde ist, Alter. Ja. Wir hätten den wär da oben gewesen safe gefunden. Jetzt haben wir uns vollkommen ja verschwettet. Ich probiere uns auf den Film, dass wir heute noch einen aufnehmen dürfen. Wenn die Buddys da sind. Sehe ich gar nicht ein. Wenn mir jetzt... Weil... Das fackt halt übelst ab. Also, aber... Ich lobe ja die Projektleitung, denn die Buddys probiert ja viel. Aber das Admin-Team ist absolut Katastrophe. Eigentlich ist ja die Aufgabe der Admins, den Owner zu unterstützen. Bei so Sachen wie... Nach Regelfallstößen gucken, und so weiter. Ist dir mal aufgefallen, dass der Einzige, der guckt nach Regelfallstößen ich bin? Ist dir mal aufgefallen? Vor allem hier der Greenhide, der wusste in der ersten Folge noch nicht mal wie sein Projekt... Wie das Projekt heißt. Hehehe. Net Var... Varus oder so gesagt, statt Varius. Ist mir auch immer aufgefallen. Äh... Chill dran, ja. Musst du noch machen. Riecht jutsch. Ne, und ich bin gefühlt der Einzige, der sich halbwegs um die Regeln kümmert. Und dann... Kommt nur immer so. Jo, es fackt ab, dass jemand sich hier um die Regeln kümmert. Oh nein! Es gibt ein Regelwerk, was ich akzeptiert habe. Da steht ja sogar extra drin. Äh, du könntest ja die Hälfte nehmen. Also, falls die jetzt drin sind, könntest du nehmen. Jo. Ich baue schon mal Sand ab. Ja, ich... Schmell schon Sand. Ah, so machst du schon. Ja, danke. Wo sind die... Die Bluestrocks. Pack mal rein. Wenn mein Impfen noch was... Jonas, gewöhnt dir an, nicht alles beizuhaben. Ich hab schon fast alles rausgelegt. Nur das halt noch nicht. Und die Kohle auch noch nicht. Da... Ah, ich fang drum. So, ich hab nen Braustart. Ich baue... Hab schon mal Battles. Äh, mach mal Wasser rein. Jo... Hab ich. Ist drin. Kann direkt loslegen. Äh, fang du mal zu brauchen. Was wollen wir machen? Heilung, ne? Ja. Wir brauchen Gold. Ah, Gold Nuggets, ne? Ja, genau. Gold haben wir. Also nicht so viele erstmal. Können wir machen. Äh, ich mach mal zwei Millionen. Was muss ich mit zwei Millionen machen? Oh, der Zanuzus drauf. Jetzt endlich. Komm, suchen wir ihn? Äh... Ich lauf... Ich lauf mal oben rum. Einer läuft oben rum, einer sucht. Tja, mach du. Einer läuft oben rum, einer sucht. Äh... Du sagst mir nur, falls sie kurz zu spawnen. Äh, von hier. Ist das nicht das sogar das Admin-Team Zanuzus? Jusus? Keine Ahnung. Der hat sogar einen roten Namen. Äh, ein rotes Dings. Ich glaub, der ist jetzt hier zum Admin-Team. Es wird ja immer lächerlicher gilt mit den Admins. Also, tut mir ja leid. Also, den Owner kann ich hier gar keine Schuld für irgendwas geben. Die Nobodies probiert hier sau viel. Kann ich einfach nur loben. Ja, guck du mal rum, wie gesagt, ja. Ja, mach ich grad. So, no effects. Dann brauchen wir die Glitzer-Melone. Genau. Wollen wir ertragen Heilung 2, ne? Es geht ja auch nicht anders. Wir brauchen Glowstone dafür, aber... Soll ich noch mal Neter, ja? Ja, musst du. Dann hab ich nur Level 1. Dann geh ich noch mal rein. Vier Minuten haben wir noch. Ach, scheiß Zombie-Pigmen. Was jetzt übelst lustig wäre, wäre der hier am spawnen. Ah ja, hab Tränke, ersten Heiltränke. Ja, nimm erstmal normale. Ja, ja. Wir haben alles nix übrig. Also, falls er ist, ich hätte schon mal Level 1 Tränke. Wer hat jemand einen Kessel platziert mit Wasser? Ja. Ich nehm den Wasserkessel, also den Kessel mit. Beeil dich aber, ne? Wir haben noch 3 Minuten. Ja, ich weiß. Gut. Jetzt werden wir diese Folge nicht schaffen, Jonas. Aber ne, ist so. Wir müssen auch noch Dings anpflanzen. Die Warzen? Ja, irgendeinen Melonen. Äh, oder so. Hm, ja zweimal Heiltränke. Guck mal, ich hab auch 3 Kills, aber werd nicht mal mehr oben angezeigt. Voll sad. Stimmt, ja. Ich hatte vor, ich hatte vor den beiden 3 Kills und die werden über mehr angezeigt. Soll ich mal Spawn einfach schreiben? Ja, frag mal. Ich hab mal Spawn. Spawn schon, soll ich mal. Hier kommt... Neee. Nope, ja. Ach, ich wollte schon ein bisschen grad Solo, aber egal. Und eine Schild. Ha, 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 ha. Doch, mal schön ein Reindrücken. Und ein Herz. Der, weil da nicht weint. Soll das hier alles nicht zuerst kommen. Ich kümmere mich hier nur, dass jemand sich halbwitz um die Regeln kümmert. Ich komm mal wieder zu unserer Basis, Basis Ich würd aber die Kiste hier nicht so stehen lassen Auf gar keinen Fall Ich würd an, ja ist ja eh die Dings Stimmt, die können wir stehen lassen, oder? Würde ich trotzdem nicht Äh, hier gelaufen Äh, ich würd diese Folge jetzt übrigens kein Dings machen, äh, noch nicht angepflanzt Nee, nee, weil sonst wissen die das, jaja Richtig, äh, du musst ganz viel essen im Inventar, oder was? Elf Kollen und 14 Hammel vielleicht Ja Ich kann nur noch was hatten und ich ja jetzt hier rumlaufen bis hin Eine Minute noch Ja, alles gut Ja Ha, er ist wieder da Ehrenfrage Hm, was ist denn hier passiert? Äh, ich nehm alles raus Ich nehm Zauber Sachen Erze nehm ich Hier sind schonmal, äh, 3 Heal Potions, Level 2 Äh, Kies nehm ich Äh, Federn Zuckerrohr Melonen nehm ich Nehm, die Brausachen lass dich gedrehen, lass nur die Brausachen raus Schnell, 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 einfach, einfach ausnehmen, einfach ausnehmen Was sind noch alles? Die Brausachen, alles was zum Brauen gebraucht wird Die Blazeworks, bau den Ding, warte ich folgen dir ab Ich kann, ja warte Ich kann, ja warte Ich konnte nicht meinen, jetzt hast du einen mehr glaub ich Anni, warte ich, ja egal Da ist noch Glas drin, schnell, einfach rein Ja Und jetzt ein bisschen weg von der Base, ein bisschen weg von der Base Ich wurde gekickt schon So, ich bin auch noch ein bisschen weggelaufen Dass ich nicht direkt bei der Base gekickt werde, falls jetzt doch Wir sind nah am Spawn Jo, dann warst uns mit der Folge, ich probier mal mit Netten ein bisschen zu reden Und dann Ciao, ciao Tschüss